Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der zweiten aus dem Punkt 10. Ja, heute machen wir mal wieder eine kleine Rundschreibe auf den Schwellen. Dabei ist der Michi, hallo. Der Hallöchen. Der Angelo, hallo. Morgen. Und der Loki. Hallo. Ja, ähm, mit Treiben ist das so runter. Und, ja, der Michi muss immer weg von der Laufung, weil sonst die Tiere am Übergang, also am Plus überkommen können. Ja, gut. Ich lauf schon voran. Ja, du kannst schon loslaufen, Michi. Und dabei habe ich die, äh, die Primal Shotgun mit, äh, Vogelschrott. Ähm, und die R8. Und, ja, noch der auch... Bist du doof, gell? Ja, warum? Guck mal in den Chat. Ah, Michi, ja. Und noch den, ähm, 44er Revolver. Und dann würde ich sagen, sobald ich das erste Tierfahrt, wenn ich die da ist, bis gleich. Ich hab keine Ahnung. Ja, so, da sind wir wieder, ähm. Bei mir ist eine Rotte 200 im Hauptsatz. Sind schon ein Stück, ich schieß jetzt mal rein. Versuchst, hier einmal dann über den Übergang zu treiben, gell, dass wir sie ja nochmal, äh, kriegen. Aber, Angelo, äh, äh, Stefan. Wenn es ist, helf ich dir dann am Schluss raus, noch am Übergang, gell? Ja, wenn ich, wenn ich sag was raus, sag ich, ich glaub, ein oder zwei sind rübergegangen. Ja, na, wem wollen wir kommen. Äh, es hat Schwedernis-Augekommen. Ja, vorne. Hä? Ja, dann würde ich sagen, mach ich erst mal ein kurzer Cut. Das sieht ganz viel raus. Ja, also, bei uns ist jetzt viel los. Erstmal, Angelo hat eine Rehwild-Checke geschossen. Ich hab die markiert, Stefan. Weidmannsdank, ich hab die markiert, Stefan. Ja. Auf der Karte der Karte. Ja, die holen wir dann, der Loki hat gerade eben auch so viel vor. Ja, ist alles fest, aber? Loki, Michi, mach mal grad ein bisschen langsam, bitte. Dann kann ich mich aufholen, weil, sonst wird das zu knapp. Eh, tot. Ja, gut, Platschers, Lichten. Gut. Ja. Bei mir müsste es auch gleich was von... Eigentlich... Eigentlich, das sind alle bei mir am Feld. Ja, dann, grad genau. Ja, die sind so hoch. Jo. Jo, wie du musst schon laut sprechen, dass es sich über mein Mikro noch da, ne? Ja, man hört den super. Ja, ne, ja, weil ich hab ihn, weil das jetzt zu nehmen, und ich muss ihn im Juni, sonst höre ich ihn ja doppelt. Anleger im Schuss. Ist ein Hach. Hach. Okay, bei mir jede Menge Saunen im Treiben. Etwa acht bis zehn Stück. Ja, gut. Ich hab alles. Hab ja acht nachgeladen. Ähm, wie sieht's mit Fuchs aus? Ist ein Fuchs drin? Fuchs hab ich jetzt bis jetzt auch keinen gesehen. Äh, ich hab ein Riesenproblem. Ich spotte die ganze Zeit. Da steht eins. Ja, die sind in den Wasser. Dann tue ich mal. Warte, Michi. Boah, ne, jetzt fängt an zu regnen. Ja. Der Back mit den Händen, den hab ich jetzt auch festgestellt, wie man den behebt. Man muss einfach nur mal kurz minuten. Nieder, starker Rebock tot. Nieder, starker Rebock tot. Ja, Michi. Und will sie dann aufnehmen, den Rebock? Das rauf schon mal einen Kanzler. So, markieren die im Wissen. Das sind die aufsammeln. Ich saß. Äh, nee. 200 Reden für uns schon mal. Zwischen uns. Wir kommen dann. Ich geh jetzt mal vor hier bis zu dem Ball. Also, die Runde ist echt gut. Bis jetzt. Also, bei mir war zwar noch nicht so viel. Nur, wir muss jetzt erst mal alles und nämlich hierher zu mir treiben. Bei mir sagt... Föder, Föder Keiler tot, die stehen bei mir alle nur rum. Oh, ja, die sind festgefroren. Scheiße, ja, da wird mir wenig kommen. Ja, aber nur wieder so ein ganzes Mal. Der verwendet hat es. Ja, klar. Der Frozen Red. Der Frozen Red. Da hat ein Fassan bei mir. Wo ist er denn? Oh, du Scheiße. Ja. Wo sind die? Ja, boom. Also, bis jetzt ist es bei mir noch nicht allzu viel los. Da steht dann nach so viel Jahr wieder. Ah, da kommt zuerst zur Rede. Dann regeln auf die Welt. Oder? Nee, äh. Michi denkt dran, dass man... Ah, da kommt, glaube ich, so gerade mehr. Michi, du musst jetzt runter im Wasser. Michi, du musst runter im Wasser. Wo bist du denn? Ja, ich schade. Stefan, sau zu dir. Ja, ja, ich seh sie. One shot. Am Wasser kommt nix. Luki, drei Mal durch. Ich hab die Sau von hinten mit der Racht geschossen und die sofort los umfallen. Ey, langsam dürfte bei mir mal was kommen. Da auch mal ein Stück vor, Stefan, okay? Ja, bleib da stehen. Du musst das Feld, du musst das Feld noch einen Überblick halten. Da kommt n Fuchs, das fuchs drin. Das fuchs drin, fuck, das fuchs drin. Michi unten am Wasserfuchs. Bei mir. Oh, da ist auch noch ne Sau. Luki, hol doch mal. Also ich bleib jetzt hier stehen. Kann sein, dass von deiner Seite noch was hier aufs Feld kommt. Deswegen bleib ich hier am Feld stehen. Ja, ich glaub noch, wenn du eine Sau zum Fläffern, sonst ist alles groß. Ja, ich hab sie getroffen, immer. Irgendwo ist da noch ein Fuchs. Eine war am Übergang, die hatten einen Schuss. War schlecht, ich war gerade wieder. Oh, das ist ein Passan. Nein, nein, dreckige Sau. Na, Passan ist auch drin. Da ist zwischen uns noch was drin, Luki. Bei mir sind wir noch für sauer Fuhren. Die ist zurückgebunden. So, die sind nicht. Ah, okay, die hat nur im Wundbett gelegen. Wollte schon sagen. Junge, ich hab die doch angeschossen. Ja, einfach so an da oben. Oh, da sind noch ein paar mehr. Ja, dann tu mal den und schließen wir runter. Und lass von mit. Ja, warum? Da ist es auch noch drin, das ist auch noch drin. Da ist es auch noch drin. Da, bei mir. Oh, fuck, ich hab geschissen. Die läuft auf dem Feld. Die hat zwei Schüsse von mir und einem. Bei mir ist jetzt das Spiel abgeschmiert, gell. Und ich hab die Schäcke nicht. Nein, Junge. Du läufst noch. Der läuft in der Luft. Stefan, deine Sau, glaube ich, ist tot. Scheiße, ey. Ach, Wollt, dann los, hier rein. Geh rein, du kannst es drauf, ich hab Wind machen noch. Ja, gehen wir mal aufsammeln. Ja, Stefan, du kannst am Wasser entlang laufen, da liegen meine Tiere noch. Ja, eingeweiht, da hab ich die getroffen. Da geh ich dann mal nach, ja. Wow. Ich fahre mir erst mal meine Tiere auf. Ja, und dann laufen wir mal zu deiner Schäcke. Scheiße, die haben wir jetzt nicht markiert. Kacke jetzt. Ja, die hast du zugetroffen, meine. Scheiße. Lammel die bitte auf, gell. Du kannst auch reinkommen und dann du den Trophyshot machen, ne? Ja, mach ich. Ja, du kannst den wegen mir auch machen. Nee, mach, Angel. Angel, mach, hier hast du geschossen, mach du den Trophyshot. Ja, Stefan, komm mal zurück. Mach doch kein Unterschied, der Trophyshot, der kommt doch sowieso bei mich in die Galerie. Nein. Äh, klar, oder? Nein. Nur, wer du den Trophyshot machst, gibt's auch in die Galerie, deswegen ist es deine Sau, dann mach du auch den Garten. Ey, ja, dein Ding, ja. Ja. Ja, geh mal, ich geh mal den Gauf sammeln. Ey, ich bin der Walter. Ja, wir gehen erstmal bei Michi seiner Seite runter. Ja, ich sehe alles, ich sehe alles komplett. Ja, ja, bei mir auch, weil das waren, die haben rückgepackt, die werden im Schuss, war da alles tot. Ja, das war das Problem. Ey, hast du die Sau da hinten in der Ecke aufgenommen, die letzte Michi? Von mir waren genau drei Frauen. Ja, die hab ich erschossen. Ja, gut. Von mir waren genau drei Frauen und drei Regionen. Ja, ich hab alle drei Rehe und drei Frauen. Machst halt der Angelo noch, ja, wir müssen jetzt halt das Sauviel dazu noch rechnen. Ich hab noch zwei Frauen, den geh ich danach. Also ich hab soweit alles aufgesammelt, von mir bis auf die Schecke. Und wie viel hattest du geschossen? Boah, kein... Ja, kannst du meine Statistik nachgucken kurz? Bin ich schon aus dem Spiel raus, oder was? Ja, bist du dran. Aber komm, die da rein, sollen wir im Schuss, glaube ich. Ja, ich... Bei mir hängt das nicht mehr die Tiere, die ganze Tiere. Ey, warte, 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 warte. Ja. Was willst du uns sehen, wenn da eine normale Säule liegt? Geht kann gar nichts. Also da liegt eine Sau. Ja, wir haben einen Rottisch gekonnt. Michi, warte mal, den müssen wir sehen. Hast du einen Rottischkorn dabei, zufällig? Ich nehm mal die eine Sau da auf. Ne, ne, ich hab keinen Rottisch. Ja. Ja, aber ich sehe, dass wenn er jetzt am Wasserflug hat zieht, dann habe ich einen Schuss. Ja, okay, dann schieß du, was hat er auf sich. Dann steht er gleich mal im Wasser, oder? Ja. Oh, jetzt halt still. Oh fuck, oh fuck. Du hast vorbeexamiliert. Ich glaube, ich hab vorbeexamiliert. Ja, mit einem Point. Oh, ich hätte einen Scope draufgekommen, das muss ich gesagt. Das ist so. Einige. Was mal nur genau, die müssen liegen. Wenn sie fassen, wenn es noch nicht für das ist, dann nimm mich. Nee, das ist sauer. Da liegt ein großer Report. Lassen, mal durch. Da ist das Sauerstrom. Ist der Punkt noch markiert, Stefan? Nee. Ja, der hat schon. Da, hier, Stefan, hier, Stefan. Da liegt da noch was. Ja, boah. er hat auch gebraucht wir haben ihn nehmen nur 180 Prozent aber auch er oder für 70 ja geht gut ja nimm sie mal auf weißt du logisch, ich stehe am dickig drinnen, gell? weil man schallt vor mir mal wildschwein, wildschwein, wildschwein damals steht das wildschwein vor mir gut und dann ja ja ich glaub mach jetzt keinen draufschock ja passt ähm ja dann sucht ihr nochmal ja dann gehen wir erst zu dem ähm ja und dann muss ich auch nochmal bei mir zurücklaufen und den soll ich mit eingeweiht nachgehen ja ich muss ich muss das selbst erst absuchen ja lagst du irgendwo auf dem Feld mhm am Feldrand sozusagen also zum Wald hin auf jeden Fall Richtung oben, ok, gut, dann mach ich erstmal einen kurzen Cut und sobald wir es haben, schall ich mir daran also ist es gleich ja so das sind wir wieder wir haben jetzt die Schecke gefunden vom Angelo ja 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 jo sauber ne Schecke hatte ich noch nicht geschossen ich auch noch nicht also Re-schecke nicht, andere schecken schon ja andere schecken schon, Weißmittel hier ist männlich komm Angelo ja 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 ich muss ja sowieso nochmal zu meinem Ding laufen leider fahren warte mal kurz, warte mal kurz, dass wir uns verliegen werden ja ja dann mach ich erstmal kurz ein Bild und das ist nämlich dann warte mal, lass mich mal auf einer so gut, das habe ich gemacht, das Bild wo soll nur hingehen Angelo jo, bleibt einfach so, dass ich genau jetzt komm du noch neben mir Stefan noch weiter bisschen so guck mal in die Kamera ja so hoch 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 die ne warte Moment was Videokulturellik Weil das hatte ich schon beim ersten Montag, wie ich war, Tränen, hab ich einfach Sorge-Shop gemacht und sofort auf alle vier und dann war ich draußen, weil halt die Sonne für mich da drin zu lassen hat. Foto wird hochgeladen. Gut, dann mach ich nur mal einen kurzen Cut. Tschüss. Wie geschäft ist. Ja. Und wenn ich meine Säue abmelde, also, bis gleich. Ja, so, die erste Säue hat einen Luggen-Shop gefunden von mir. Ich hab noch zwei Körper angeschossen. Michi, äh, Angelo, kommst du zu mir? Ja. Ja. Gut, ja, und zu noch mit Körper, den gehen wir noch kurz nach und dann ja. Andere Richtung, Angelo. Boah. Ja, aber das sagen wir bis gleich. Ja, so, das sind wir wieder. Ähm, wir haben die nächste Säue gefunden von mir. Ich hab sie gefunden. Ja, also die Michi war vorne dran. Das war alles genau. Ja, ich brauche mich. Ey, wo ist sie? Aber jetzt, du, vorbei. Hier. Total. Ja, Schulterblatt und Körper. Und der Andere. Ja, die Andere. Der Andere gehen wir jetzt auch noch kurz nach. Hiermit, denke ich, hab ich auch Schulterblatt getroffen. Oder scheiden. Ja, habt ihr die? So, gut. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Anfassern. Haben, hab aufgenommen. Gott. Ja, da ist auch immer gerade noch nach, aber, ja. Ich müsste ja eigentlich Schädel getroffen haben. Der für eine Scheiße hat sie nicht getroffen. Ja, ja, Michi. Ohne Scheiße, dann wird man was ja doch finden, oder? Ja, ich hab zur Körper getroffen, aber ich denke, es verschwenden. Geh dann noch mal kurz nach. Und dann bis gleich. So, das sind wir wieder. Ja, ich hab mein Saus nicht mehr gefunden. Ähm... Äh, Loki, ich hab mir da Scheiße auf. Das geht einfach nicht mehr. Ja, wir haben 25 Abschlüssel. Ich hab die wenigsten. Bei mir war nichts gekommen. Ähm... Ja, ich hab vier. Der Migi sieben. Der Loki 5 und der Angelo 9. Ja, 10 eigentlich. Da haben wir sogar 26. Ähm... Ja, gut. Ähm, was ich noch kurz sagen wollte, ähm... Ich werde wahrscheinlich auch noch ein paar Videos zum Fishing-Blender machen. Und... Wir haben mich... Wir werden noch ein 2 YouTube-Channel machen. Und ja. Da werden Michi und der Loki noch dabei sein bei dem YouTube-Channel. Und da werden mir andere Spiele noch plötzlich bleiben. Ja. Gut. Und ich freue, dass ihr dabei wart. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal noch mal noch mal zahlen. Tschüss, war mal zahl.